Hi und guten Morgen! Herzlich willkommen zurück bei mir, Kuman Let's Plays. Es ist morgen, wie gesagt. Wir sind hier in so einer Höhle und entdecken ein bisschen rum. Hier waren wir schon. Mal gucken. Irgendwo habe ich ein Skeleton gehört. Eine genügend hier. Eine sehr verworrene Höhle, muss ich sagen. So, kommt Freund. Mal eine Frage. Das ist schon viel besser. Nehmen wir lieber das hier. Oh. Wie weit gehst du noch hinten? Sehr schön. Da haben wir alles. Und immer wenn wir am Ende einer Höhle sind, nehmen wir uns dann Zeit und nehmen alles mit hier. Ja, und ich hoffe euch langweilt es hier nicht auf der Höhlen-Tour. Warte mal. So. Besser mit der Spitzhacke. So. Nehmen wir natürlich alles mit. Freundchen. Da unten sind die, habe ich das Gefühl. Oder da oben? Aha. Gut, lass uns ganz kurz das Gold einpacken hier. Ich habe das Gefühl, die stehen gleich hier unten nach der Ecke. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Das ist schon spannend hier. Jetzt sind wir hier runter gegangen. Die sehen wir noch nicht. Die Mine. Wir müssen vorsichtig sein. Echt? Oh, nee, scheiße. Dann wissen wir unten wenigstens, wo wir oben schon waren. Hm? Kurzen Prozess. Messen? Wir haben schon wieder keine Fackeln mehr. Komm. Machen wir das so. Doch, wir hätten Fackeln. Gut. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Aber woher? Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das sind so viele verdammte. Da vorne. Da vorne ist das Kind CTS oder ist das die Bat? Ne, ist ein Fledermaus, super. Jetzt muss ich aufpassen hier. Ach, scheiße. Ach, hier ist Wasser, deswegen kommen die nicht. Dann lass mich hier noch ganz kurz. Sehr gut. Was haben wir noch? Das kann auch nach oben, sehr gut. Dann machen wir hier Lichtzeichen. Wir warten noch hier. Lava und ich ohne Eimer, das ist immer gut. Und ich denke, ich muss mir wirklich mal... irgendwo eine Basis bauen und ein bisschen klotzen. Aber Cola haben wir massig, ne? Das ist schon krass. Und was mir beim Mardor gefällt, ist einfach, dass der so eine hohe Leuchtkraft hat. Von dem her müssen wir hier schon ein bisschen mitnehmen. Das Satana-Beef schon richtig gemerkt. Das Satana-Beef schon richtig gemerkt. Das Satana-Beef schon richtig gemerkt. Oh. Lohnend. Aber wir haben immer wieder von den neuen Materialien in den Schatztüchern. Schatztücher? Nee. Schatzkisten. Entschuldigung. So. Redstone nehmen wir mit. Kupfer auch. Eisen. Haben wir keinen Platz. Und goldenen Apfel. Zwei Fackeln. Wir lassen einfach Steinen hier kommen. Marble nehmen wir mit. Limestone kann man auch mitnehmen. So. Gut. Immer schön vorsichtig. Bluestone kann man auch mehr mitnehmen. Potatoes und Pilze essen ist immer gut. Und die Schienen. Knochen. So. Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Liegt tuh. Sch香 ein. Okay. Сейчас los рубler das f hast du in die Richtphäre und die Schatten ist jetzt ein. F)] in die Richt Hackbank oder die Richten STRuchen. den Bluestone könnte man zum Beispiel verwenden um ich bin ein bisschen am studieren was man hier alles machen kann mit dem Zeug Bluestone könnte man verwenden für zum Beispiel wenn man so ein Schwimmbad macht oder so und müssen wir besser aufpassen jeweils aber hier unten ist es rein eigentlich so 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 das ist eine verdammt große verdammt verwinkelte Mine echt so 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 so